Köln oder Hamburg? Hamburg. Mein Lieblingsverein ist? Altshundert93. Mein härtester Gegenspieler war? Manuel Schwiedebach, Hannover 96. Kölsch oder Pilz? Kölsch, definitiv. Den Alltag überstehe ich nicht ohne? Kaffee morgens plus mein Müsli. Zu Karneval gehe ich als? Frosch. Mein Vorbild heißt? Zinedine Zidane. Das kann ich gar nicht? Singen und Klavier spielen. Mein schönstes Tor? Eine verunglückte Flanke hinten rein. In dieser Saison habe ich das Ziel? 20 Tore zu schießen.